So, jetzt habe ich hier noch was. Das ist ganz interessant, dass laut Händler sind das Pinguine, Fontänen, die für Keller oder Komet hergestellt wurden, also nur als Muster, die es aber nicht in den Verkauf geschafft haben. Das Paket kam auch so eingerissen an. Und es gibt die wohl noch mal bemalt. Aber mehr Hinweise dann auch nicht. So sehen die aus. Wir haben alle diese M0033 Nummer, aber eben keine weiteren Hinweise auf den Hersteller. Also falls jemand mehr weiß, gerne mal schreiben. So sehen die M0033 Nummer. Ja, das waren die Pinguine von Unbekannt.